Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schupeck wird präsentiert von Möbel Höfner. Servus und herzlich willkommen zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Und heute mache ich, oder koche ich, darf ich kochen, einen Klassiker mit Percy Hoffen, ein Spezialist für dieses Desir. Herzlichen Dank für dieses vorauseilende Kompliment. Mal sehen, ob ich die Benchmark erreiche. Ja, locker. Ich bin so locker hin. Mit dem großen Meister zusammen, aber ich bin sehr neugierig. Wer gleich mit der Königsdisziplin anfängt, der hat schon eine Bumme gemacht. Aber als Österreicher muss ich das ja können. Oh, das stimmt natürlich. Da ist in die Wiege gelegen. Ja, absolut. Ja, genetisch. So, jetzt weiß ich ein bisschen was über dich, aber nicht viel. Aber vielleicht sagst du mal ein bisschen was über dich. Also Münchner Kindl tatsächlich, Rotkreuz Krankenhaus, Neuhausen, gebürtiger Neuhausener. Dann erste Zeit in Amsterdam aufgewachsen. Ich habe Migrationshintergrund. Und ja, dann kam es zurück nach München. Also sozusagen ein sportlicher Wiedereintritt in die kulturelle Erdatmosphäre. Was hast du in Amsterdam gemacht in Amsterdam? Vorschule, ja klar, Vorschule. Ich habe ja österreichische Wurzeln in Wien. Aber meine Großeltern kommen auch aus Amsterdam. Und da bin ich dann halt in die Vorschule. Ja, war lustig. Aber ganz schönes Kontrastprogramm. Amsterdam, München. Wie ist das mit der Sprache da? Ja, mei, das ist halt irgendwo Althochdeutsch weiterentwickelt. Und das Niederländisch hört sich ein bisschen an wie Englisch. Und früher, also in der Schule, haben sie mich dann für einen Legastheniker gehalten, weil ich ganz viele holländische Worte dann reingemixt habe. Aber habt ihr dann den Schulunterricht in Englisch gehabt? Nein, auf holländisch. Ganz normal, auf holländisch. Ja, da geht ja die Schule schon mit drei los. Und dann ging es dann auf die Grundschule nach Nymphenburg. Das war auch lustig. Dann haben wir wieder das ein bisschen entrümpelt. Aber die Klammer geschlossen. Ja, genau. Und dann? Ja, dann ganz normal die Schule halt. Und in Nymphenburg, dann in München aufs Rupprecht-Gymnasium. Dann kam eine Phase im Jesuiteninternat. Das war eine ganz tolle Phase im Schwarzwald. Und dann ging es zurück nach Nymphenburg. Wieso kommst du zum Jesuiteninternat? Ja, mein Vater war schon bei den Jesuiten als Bub. Und da sagt er, geh zu den Jesuiten, da lernst du den Glauben richtig. Das ist ein Schliffgering. Ja, ja. Und wer bei den Jesuiten war und danach immer noch glaubt, dessen Glaube ist fest. Ach so. Na ja. Und dann ging es zur Bank in München. Hypo-Bank, die Lehre, klassische Lehre, Bankkaufmann. Ja, und dann hat plötzlich das Fernsehen angeklopft. Aus dem Nichts sozusagen. Und plötzlich Bayerischer Rundfunk. Alles von vorn. Fischi, Burschi. Den müssen wir herzogen. Na ja, wahrscheinlich auch wegen Papa. Der war ja Schauspieler. Also, wie gesagt, also hier, ich sag immer, der Brad Pitt des deutschen Nachkriegskinos. Da hat man natürlich zu tun. Im Schatten der alten Eiche. Aber ja, er war ein toller Mann. Und ja, dann war Fernsehen angesagt, halt Rundschau, Nachrichten und dann RTL, ProSieben, der Klassiker halt. Und irgendwann Big Brother, die große Show. Ja, und seitdem lässt mich das Medium eigentlich nicht mehr los. Aber du warst ja mal hinter den Kulissen und am Mikrofon. Bist du auch ein begnadetes Sänger. Ja, wir haben uns ja sogar mal vor Lichtjahren, das war noch Unterkohl, haben wir uns kennengelernt beim Bayerischen Rundfunk. Da sind die Swingbones aufgetreten. A Cappella zu Viertüvan tatsächlich. Nicht einfach, gell? Nein, überhaupt nicht. Und man muss zuhören. Da lernt man auch viel für die Moderation. Man muss auf die anderen hören und dann entsteht eine Harmonie. Was hast du dann immer für Stimme gesungen? Bass. Ich bin eigentlich Bariton, aber durch meine Bassfunktion ist die Stimme immer weiter abgesagt. Ich kenne den René Papi gut, also das ist einer der drei besten Basssänger, die wir haben. Leider ist es ja so, dass die Basssänger eigentlich nicht so bekannt sind wie die Tenöre. Die kennt ja jeder, aber einen guten Bass. Also ich habe einmal den Jonas Kaufmann gefragt, ich kenne den René Papi. Oh, René Papi, das ist ein ganz großer. Ja, also der Basssänger, ich vergleiche das immer so, der fällt tatsächlich nicht so auf. Aber das Rückgrat, das ist wie beim Skifahren. Einer muss im Schlepplift, hält den Bügel, der andere macht Trickski. Das ist wie eine Musikband ohne Schlagzeug. Da ist was dran. Da ist auch einer da, der hinten immer schön streichelt und schaut, dass die Burschen da vorne richtig marschieren. Absolut, absolut, das ist die Basis. Und kochen, wie bist du jetzt da draufgekommen? Auch durch meine Wiener Großmutter, mit der habe ich immer zusammen gekocht. Mein Vater war auch begeisterter Koch, das Wiener Kochbuch, das war so ein Schmöker. Ja, und dann findet man so langsam rein, dann fängt man halt so mit Rührei an und Salatsaucen und dann wird es immer elaborierter und dann irgendwann landet man auch beim Kaiserschmarrn oder bei Heftigeren. Ja, aber der Kaiserschmarrn ist ja, also den mag eigentlich jeder. Die essen auch Frauen, die ein bisschen schlanker sind, sagen, ich kann nicht. Den ganzen Tag stimmt natürlich auch nicht, weil sonst wären sie nicht so schlank. Aber das ist eine Mehlspeise, die richtig gut schmeckt. Ja, das ist super und immer tröstlich und vor allem die Kinder lieben es. Und das geht relativ schnell, wie wir vielleicht gleich sehen werden. Man muss natürlich wissen, wie, aber ich zittere schon ein bisschen, muss ich sagen. Na, von mir brauchst du gar nicht zitteln, ich schaue nur zu. Also hier, mit dem gestrengen Blick über die Schulter. Ich rede das dann so hin, dass wir sagen, ah, die Variante kenne ich auch nicht. Ganz was Neues. Die Variante mit Grünkohl und mit Rote Bete. Und Kaiserschmarrn ist es natürlich nicht so, dass die Sissi gesagt hat, den Schmarrn kannst du selber essen, so ein Franz. Ja, das. Sondern der Kaiser Franz war ein begnadeter Jäger, ist auf die Jagd gegangen und nach der Jagd ist man immer in so einen Kaser gegangen, in so eine Almhütte, die hat Kaser geheißen. Und hat der Sen hat den Kaiserschmarrn gemacht, also meistens aus Mehl, Wasser und Fett. Mehr haben sie nicht gehabt, wenn sie ein Ei gehabt haben, war super. Und beim Zucker war es schon ein bisschen komisch, weil dann hat man sich halt ganz... Luxus. Luxus, ganz genau. Absolut. Und dann hat dem Kaiser dieser Schmarrn sehr gut geschmeckt, natürlich weil er Hunger gehabt hat, und hat dann zu dem Sen gesagt, geh mal her, wie heißt denn der? Dann hat der gesagt, Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn, aber der Kaiser war da etwas schwerhörig und hat natürlich Kaiserschmarrn verstanden, klar, vielleicht hat er auch gesagt Kaiserschmarrn. Und dann ist der mit dieser sogenannten Rezeptur nach Wien und hat gesagt, so Jungs, jetzt lasst euch einmal was einfallen und das machen wir noch ein bisschen besser. Und daraus kam dieser klassische, wunderschöne, ein Gericht, das über die Welt gegangen ist, kann man sagen. Ja, absolut. Wie das Wiener Schnitzel, das ja nicht aus Wien ist, aber das ist auch ein Gericht, das man immer gerne isst, immer gerne mag. Und deswegen haben wir uns gedacht, der Percy hat das voll drauf und das machen wir jetzt halt. Ja, machen wir das zusammen, ja. Also klassisch fange ich immer an, ich trenne das Eigelb vom Eiweiß. Da gibt es ja, also ich glaube, wie war das nochmal, wo ist mehr Eiweiß drin? Im Eigelb. Wieso eigentlich? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich habe es auch nicht glauben können, ich sage, was rätst du für ein Schmarrn daher? Das gibt es ja nicht. Und dann hat man mich eines besseren belehrt und ich sage, im Eigelb ist mehr Eiweiß drin wie im Eiweiß. Und ich sage, okay, dann quassle ich das auch noch. Dabei ist das Ei das einzige Lebensmittel auf der Welt, das alle Aminosäuren der Körper nicht herstellen kann, uns geben kann. Das ist das Ei. Ich esse seit 40 Jahren jeden Tag Minimum ein Ei, meistens ist es in zwei. Und meine Cholesterinwerte sind 1a. Wow. Also das nur für die, die sagen, okay, das Cholesterin rauf. Ja, ja, das war ja immer so mit Fragezeichen. Das stimmt. Also es gab eine wissenschaftliche Arbeit, da ist dringestanden im ersten Take, dass das Cholesterin raufhaut. Und dann haben sie das zweite Take eröffnet und da ist dringestanden, dass das lauter Schmarrn ist. Also das ist lauter Kass. Alles, was im Überfluss ist, ist nicht gesund. Und ein Apfel ist gesund, aber Zähne, da wäre es dann auch irgendwann einmal ein Fettleber krank. Und deswegen ist es die Menge, macht das Gift, das ist halt überall so. Absolut, wie beim Rauchen auch, ja. Genau, so hin und wie eine Zigarre. Ja, wenn man mal in Angeberlaune ist, in Angeberlaune, wunderbar. Angeberlaune. Ja, genau. Ja, ich manchmal, komischerweise im Sommer, im Sommer, im Sommer gern mal so eine Schmauchen. Mein Wiener Großvater war ein passionierter Schmaucher, da ist er immer im Café. Und, ja, war bekannt für seine Zigarrellos. Und bei mir war es so, also ich habe in meinem Leben genau zwei Zigaretten geraucht. Aha. Das war mit 16 Jahren. Da habe ich mir gedacht, na, aber du musst ja ein bisschen rummachen. Mit der Kirchengruppe. Ja, schreibst du mir ein Buckel drauf. Und dann, also hin und wieder rauche ich mal eine Zigarre, also Angeber, wie du sagst. Na ja. Und dann noch der Herste, denke ich mir, sieh fix, die schmeckt so bitter, dann herrsche ich wieder auf. Aber man muss natürlich dabei sein, hin und wieder, gell, so klar, sonst ist man ja nichts. Und jetzt streicheln wir das Eigelb sozusagen. Richtig, genau. Durch diese schöne Farbe. Ja, es schaut super aus. Und andere, die ja wunderschöne Farbe haben und andere, die sind wieder so, dass man denkst, da braucht man auch mal einen kleinen Schuss. Jetzt gehen wir Mehl rein. Genau. So ein bisschen nach Gefühl mache ich das immer. Und zwar nimmt ein ganz normales Öl, das ist die 405, oder was ist das für eine Ausmalung? Das ist... Tipp 550. 550. Ja, ganz fein. Ja, das ist... Damit kann man auch Hauswände reparieren. Ganz genau. Pyramiden werden so wieder richtig... Ja, stimmt. Pyramiden, warst du schon mal in den Pyramiden? Ja, ja, warst du schon mal dort. Ja. Auf einem welcher? Ja, ich hab mir so mal angeschaut. Ich musste mal kochen auf einem Kreuzfahrtschiff und bin nach Kairo geflogen und musste nach Alexandria. Und dann bin ich bei ein paar so Pyramiden vorbei und hab zu dem Taxifahrer gesagt, du, halt einmal, ich möchte mal so ein bisschen rein gehen. Dann hab ich mir ein bisschen was angeschaut, nicht viel, ein bisschen was. Und dann bin ich zu spät gekommen und hat das Schiff 20.000 Mark damals zahlen müssen, weil der als Anderer schon gewartet hat da draußen. Wahnsinn. Ich hab das gar nicht geschnallt. Ich hab mich da tausendmal entschuldigt, weil ich das nicht gewusst habe. Wann komm ich da wieder hin? Aber weil du sagst, apropos, das gehört jetzt natürlich nicht in den Kaiserschmarrn rein. Nein, also in Ägypten machen sie auch keinen. Der hat geheißen Imhotep. Der war Pharao, Arzt, Gelehrter. Der hat 2600 vor Christi die Pyramiden von Saqqara gebaut. Der hat gesagt, jeder Sklave muss jeden Tag ein Knoblauch essen, damit die Leute kein Malaria kriegen. Ist gleich Sumpfüber. Der erste Streit auf der ganzen Welt hat stattgefunden 2554 vor Christi beim Bau der Kiobs-Pyramide, die 44 Jahre gedauert hat, als die Sklavengang Knoblauch gekriegt haben und gesagt haben, Schluss zur Vorstellung, wir wollen nicht mehr. Und erst, als die wieder Knoblauch, Lauch und Rittich angekarrt haben, dann haben die Burschen wieder weiterholt, sonst wäre die Pyramide nicht fertig geworden. So, damit das fertig wird, Alfons, kannst du mir was von deinem Salz leihen? Ja, gerne. So, was haben wir denn hier? Deutsch ist, deutsches Steinsalz. Hier, der Österreich ist mit, wenn wir so. Leider zu spät. Genau. Also, man gibt ja immer gerne bei... Ich mache tatsächlich so viel rein. Bei süßen Sachen eine Prise rein. Genau. Und bei salzigen Sachen immer gerne eine Prise Zucker. Genau. Das ist wie ein Geschmacksverstärker, der macht es runter. Die Gegensätze bedingen sich, sozusagen. So ist es. Kannst du auch einen Schneebesen nehmen, wenn du möchtest. Okay, weil, ja, du musst dich dann nachher nochmal sauber machen, weil ich muss das Eiweiß ja auch noch. Ich weiß. Aber das 550er, das löst sich ganz gut auf, schau mal. Ja, ja, sehr schön. Kann ich tun. So, gar nichts. Ich muss nur am Boden noch ein bisschen... Wie oft machst du den? Du, ich glaube, einmal im Monat mindestens für die Kinder, wenn irgendwie da ein Trostmoment im Leben stattfindet. Steht der Papa wieder da? Ja, ja, Papa kannst du mal wieder. Ja, genau. Dann macht er das. Dann macht er das. Ganz genau. Obwohl, Papa ist ja schwer vermittelbar momentan, aber diese Grundkomponenten nimmt man natürlich gerne in Anspruch. Danke. So, jetzt. Ich habe hier auch so ein bisschen, ich hoffe, der gaust sich jetzt nicht, ich habe ein bisschen Jamaika rum rein, weil... Ja, mir nicht. Also die österreichische Oma hat immer ein bisschen ein Zeug hinein und jetzt natürlich ganz wichtig, da braucht man natürlich hier... Die Vanille. Die Vanille. Und da gibt es, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte dazu. Ja, das ist so, als die Spanier... Du ganz kurz, ich schneide das hier so längst auf, gell? Das wird immer wieder verwendet. Nicht die Bienen, weil ich sage, wir brauchen ja keine Bienen, wir haben ja gut daheim. Und haben sie in Madagaskar und Reunion haben sie das Opfland, die Schoten sind auch wunderbar gewachsen. Und dann haben sie die Bienen da hochgeschickt und die Bienen sind da drauf gesetzt, haben ein bisschen gewunken und sind wieder weggeflogen. Da waren die ganz verwundet. Ja, wieso gibt es denn das? Weil das nur ein Volk auf der Welt gab, das so einen harten Stachel gehabt hat, dass die durch die Schote durchgekommen sind und dann konnte die befruchtet werden. Heute muss jede einzelne Vanilleschote auf der Welt, muss von Hand geöffnet werden, zwischen fünf in der Früh und elf im Vormittag, damit die Schote befruchtet werden kann. Handarbeit. Deswegen ist die auch so teuer. Aber das Bienenvolk, das war bayerische Bienen. Wahrscheinlich. Die haben ja damals schon die bayerische Sprache gesprochen, das haben aber die Spanier nicht verstanden. Die haben da... Brumme mit ganz viel R. Genau. Aber das ist so ein schöner, so ein schönes Aroma. Ich mache das auch ein bisschen sauber hier. Und wenn es ganz, sagen wir mal, ganz kaputt ist, das sage ich, jetzt habe ich schon hundertmal hergenommen, Schubeck sein Schmarrner, wie es da doch einmal klappt, dann kann man es einmixen, pulverisieren und dann kann man es nochmal verwenden. Also das ist eins der billigsten Gewürze, wenn man sorgfältig mit ihm umgeht. Und jetzt kommt seine Königsdisziplin, das heißt, wie schlage ich... Der Schaumschläger. Naja, das bist du sicher nicht, der Schaumschläger. Aber wie schlage ich das Eiweiß richtig auf und das merkt man, er hat es schon ein paar Mal gemacht. Locker aus dem Handgelenk. Alleine, wie er schon die Schüssel hält, sehe ich, hat er gemacht. Du, Alfons, sag nochmal ganz kurz, Vanille, was macht die im Körper? Na, die Vanille ist zellwandstärkend. Und da wir ja 40 Billionen Körperzellen haben, ist es nicht schlecht, wenn man sich hin und wieder so eine Vanille da mit reingibt. Und er ist auch hoch antioxidativ. Also es ist eigentlich so, bei den Gewürzen ist es so, wir haben es ja hier aufgebaut, dass die höchsten Antioxidantien auf der Welt und die beste Pflanzenfaser für die Darmbakterien haben die Gewürze. Aber die Leute glauben das nicht mehr, die schmeißen sich nicht in ein Tabletten rein. Ich bin ein reiner Präventionsmann, ich nehme seit 17 Jahren nur Gewürzkapsel, ich nehme kein Medikament. Mir geht es gut, ich bin gut drauf und habe auch keine Entzündung. Und je mehr Entzündungen du aus dem Körper rausbringst, umso besser kann der Körper sein Immunsystem richtig einschalten. Und dir geht es ja besser auch da oben, hin und wieder bei mir. Und weil ich den Profi Eder habe, was mache ich für meine Stimme, weil die brauche ich ja beruflich? Ingwer. Ingwer? Ja, ja. Außerdem ist er... Entschuldige, dass ich es mal sagen muss. Aber ich habe mir zuerst gedacht, du hast so eine... Der zweite Vorname ist Ingwer. Du hast so eine gute Rhetorik. Wo kommt die her? Ja, die ist natürlich jesuitisch bedingt, sage ich mal. Das war der erste Kontakt und mittlerweile, ich glaube seit 20 Jahren, bin ich Rhetorik-Trainer in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland. Und was magst du da zum Beispiel? Du, ich schreibe Reden für andere Leute, ich bringe ihnen bei, wie man sich hinstellt, wie man schlüssig spricht, wie man einen Gedanken ausdrückt. Es ist ja, viele Leute fangen ja an zu sprechen und wissen gar nicht, was sie eigentlich sagen wollen. Lesen vier Seiten runter, dann sagst du, was hat denn was? Was wollte der mir sagen? Ja, was, where is the beef? Ja, genau. Worum geht es eigentlich? Und das ist ganz erstaunlich. Die meisten können dir nämlich nicht genau sagen, was sie eigentlich wollen. Also der erste Gedanke immer, was sollen die Leute denken, was sollen sie danach tun oder fühlen, nachdem sie mir zugehört haben. Super. Ich bin jetzt so gespannt. Und man lernt nie aus. Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich passe ja auch immer auf, ich habe ja 20 Jahre lang oder 25 Jahre mit dem Elmar Webber die Sendung gemacht. Und beim Elmar war es immer so, ich habe da rum die Fuchtelung gemacht und da, und der Elmar hat zwei Mal mit dir angelockt und hat den höheren Effekt gehabt als ich mit meiner Fuchtelerei. Obwohl, 55 Prozent des Ausdrucks Körpersprache. Ah ja, also ich mag es halt gerne so ein bisschen Fuchteln und so. Ja, wenn man so da sitzt, dann denkst du, was willst du mit der Schlagdoppel? Na ja, aber du hast ja schon einen wahnsinnig guten Duktus. Also wenn ich dir beim Vortrag zuhöre, hallo, das hat schon Methode. Das wollen wir jetzt schon mal auch behaupten. Das kann dir nichts mehr beibringen, aber du mir. Ich würde das jetzt, Herr Direktor, ich würde das jetzt gerne unterheben, was meinst du? Wie du den aufgeschlagen hast, du musst mal, also das darf man sich auf der Zunge zergehen lassen. Damit könnte man sich jetzt auch rasieren. Schau dir das vor. Klasse. Klasse. Dankeschön für das Lob vom Meister. Gefühlvoll super aufgeschlagen. Bin ja schon ein bisschen aufgeregt. Und jetzt für Sie ein Schmarrn. Jetzt für Sie zu Hause, bitte. Immer, also nicht beides zusammenrühren, sondern das Eiweiß zum Schluss reingeben. Und das Entscheidende, dass der Kaiserschmarrn auch schon fluffig wird, ist, dass, wenn Sie jetzt das Eiweiß da reingeben, dann unterheben und sofort in die Pfanne rein. Wenn Sie sich stehen lassen, eine Viertel oder eine halbe Stunde, dann kannst du gleich einen Pfannekuchen haben. Dann vorbei. Dann ist schon wieder vorbei. So, und das machen wir jetzt ganz vorsichtig. Ja, genau. Nicht zu heftig. Man nennt den auch Percy, der Gefühlvolle. Da ist, Alfons, da ist was dran. Wenn deine Schultern jetzt verspannt wären, du würdest nicht glauben. Der Blink, der Sie entspannt. Ja. Aber das schaut schon ganz gut aus. Vor allem die Vanille, die kommt extrem gut. Ja, es ist. Also die ist zellwandstärkend, habe ich jetzt gelernt. Ja, und ein hohes Antioxidant. Super. Nimmt Entzündungen praktisch. Ich bin jetzt auch schon 55, stehe manchmal vor dem Spiegel und denke mir, zum Glück habe ich mich schon fortgepflanzt. Ab 55 kann man ja noch ein bisschen was drehen. Du kannst in jedem Alter was drehen, auch wenn dein Immunsystem ein bisschen im Arsch ist, aufbayerisch gesagt, wenn du dich wieder ausgewogen ernährst, gute Eiweiße, gutes Gemüse, es ist basisch, hat alle Vitamine, Pflanzenfaserstoffe, alle Mineralstoffe, was man braucht, dann sehen sich das Immunsystem. Braucht er noch was? Ein bisschen Zucker drin. Aber warte, 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 warte. Den können wir später, oder was meinst du? Also viel braucht er nimmer. Was er hat, er schmeckt nicht mehlig. Aha. Ich hätte hier diesen Vollkornzucker. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Vollkornzucker. Oder Vollrohr. Vollrohr. Ja, oder so. Das ist auch viel versperrt. Ach, jetzt teut ich das so ein bisschen da her. Ach, das ist super. Dann fräst sich jetzt das da so ein bisschen ein. Ist klar, weil wir ihn ja backen wollen. So, jetzt fräst du das ein bisschen ein und dann haben wir einen Hauchbutter hin. Genau. Also wir lassen das jetzt so ein bisschen schmelzen, so ein bisschen. Ich habe jetzt die Pfanne so auf fünf gedreht, jetzt kommen wir auf sechs rauf oder auf sieben, damit das nicht so eine Art Karamell ergibt. Und jetzt drehen wir das da ein bisschen so. Auf wie viel mache ich denn im Backofen an? Ja, den würde ich jetzt ja da, also wie lange gibt es denn sonst immer rein? Na ja, eine Viertelstunde. Länger nicht. Bis er aufgeht halt. Ja, ja, genau. Also du könntest schon bei 180 Grad reingehen. Wir können jetzt rundum Hitze machen. Wenn du nur Oberhitze machst, wird er zwar oben sehr schnell braun, aber innen bleibt er zu flüssig. Also einfach, weil wir können den ja nachher nochmal karamellisieren. Genau. So, ja, kommt gut, gell? Ja, super, jetzt wird es langsam. Es schmelzt. So, und was wir jetzt auch machen können ist... Der Schuh weg, bringt die Butter zum Schmelzen. Naja, dein Blick hat sich geschmolzen. Ja, ja, ja. Ich stehe ja nur daneben und streichle es ein bisschen. Ja, mei, wenn man sich für den Blick was kaufen könnte, gell? So manche Blicke. Apropos Blick, was mache ich denn, damit der Blick klar bleibt? Welches Gewürz empfiehlst du mir? Ja, wenn ich das noch schnell sagen darf, also vor 2000 Jahren, 2500 Jahren, hat man, ist das jetzt alt, in einem Höhlensystem in Santorin, sieht man ein Bild, wie eine Frau aus einer Grokosblüte einen Safranfaden rausnimmt. Und am Ende des Bildes sieht man, wie der Mann den Safranfaden ins Auge eines Menschen gibt. Und heute weiß man, dass der Safran Lutein und Xeaxantin hat, und da schützt die Netzhaut gegen das UV-Licht, das ein freies Radikal ist, damit sich der graue Star ein bisschen schwerer tut. Und deswegen nennt man auch die Blattpetersilie die innere Sonnenbrille des Menschen. Aber am meisten Lutein und Xeaxantin hat der Grünkohl. So, und jetzt bitte ich... An die Zuschauer, ich hoffe, Sie haben jetzt alle gut aufgepasst, denn wir schreiben jetzt im Anschluss eine X. Ja, genau. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehst man rein. Meinst du? Jetzt gehst man rein. Okay, gut. Jetzt gehst man rein. Also vorsichtig. Und zwar die Schüttung auch mit Gefühl. Jawohl. Alles mit Gefühl. Das hast du voll drauf. Fui, gefui. Also wir gießen den jetzt rein. Den Ofen haben wir angeschaltet auf 180 Grad. Und da lassen wir jetzt drin, bis er ein bisschen Farbe kriegt. Jetzt sieht man, der hat eine wunderschöne Farbe, nicht verbrannt. Persi, jetzt kommt der große Auftritt. Also jetzt nicht mit der Gabi reißen, nicht mit dem Eisenlöffel. Ganz vorsichtig. Sondern jetzt haben wir so einen Blas. Und jetzt kommt sehr gefühlvoll, wird jetzt gerissen. Aus dem Handgelenk. So. Nicht zu viel wollen auf einmal. Ich geh jetzt mit der Temperatur ein bisschen runter, damit er nicht verbrennt. Genau. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass er jetzt ein bisschen karamellisiert. Das ist übrigens auch kein Gröstl, sondern... Ja, ja, genau. Das ist schon, das muss schon Stücke. Ja, super. So in Stücke reißen hier. So, das ist ja... Genau. Das schaut ja aus, du. Das ist ja Wahnsinn. Wenigstens zerreißen wir beide was. Aber siehst du, ja, in dem Fall. Wenigstens zerreißen wir einmal was. Ja, ja, einmal. Wenigstens einmal in diesem Leben einfach. Genau, super. Jetzt bin ich neugierig. Also, jetzt kleben wir da ein bisschen weg hier. Wir strellen da ein bisschen Zucker ein. Das ist noch ein bisschen Butter? Ja, da haben wir auch drauf. Das lassen wir jetzt so ganz leicht karamellisieren. Okay. Hoppala. Und jetzt werden wir nochmal ein bisschen schwenken. Okay, lassen wir erstmal ein bisschen... Und so, dass das hierher nicht so kommen wir da so ein bisschen... Ah, jetzt wird er. Ja, perfekt. Halt. Kleine Test. Jetzt kommen wir ja nochmal, wenn man das nochmal reißt da. Magst du das kleiner machen? Nein, einen Hauch noch. Also nicht, dass die sagen, die haben wir gar keine Ahnung vom Kaiserschmarrn. Da tatsächlich täuschen. Ja, aber Rührei soll es ja auch nicht werden. Ja, nicht unbedingt. Oder die Hüttenkäse am Ende. Ja, schön. Ja, das sieht gut aus. Ja, super. Gibt's gar nichts. Und dieses Stück hat die Form von Österreich. Hast du das gesehen? Ja, genau. Wie ein Wiener Schnitzel. Ja, genau. Also jetzt kommen wir ein bisschen Puderzucker drauf. Genau. Das können wir zum Plus machen. Jetzt habe ich die Mühle. Jetzt könnte man noch... Jetzt gibt's Leute, die wollen Rosinen. Also ich mach nur hier in einem Viertel. Für deine Kinder. Vorbei so ein Viertel ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Nein, es gibt ja die Wollende. Man kann Mandeln reingeben, geröstete Mandeln. Es gibt ja mitgeröstete Pinienkerne. Ja, und Toblerone. Ja, man kann's mit Apfeln, man kann's mit allem Möglichen machen. Also das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt die Grundrezeptel. Genau. So. Also nur für die hier so von 9 bis 12 Uhr. Das ist ja super. Von 9 bis 12 Uhr. Ja, weil sonst ist das immer so ein wahnsinniges Getur, so Schneegestöber. So, ich würde sagen... Jetzt holen wir ihn raus. Genau, hier. Wir können auf den Teller dann noch mal so ganz ein ganz bisschen, wenn wir wollen, ein bisschen Puderzucker drauf. Genau. Lassen wir's noch mal drüber schneiden. Ja, genau. Ja, hier so. Wunderbar. Und was mir gut gefällt, er hat eine schöne ästhetische Farbe, er ist nicht verbrennt. Ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen im Ofen dann drinnen, dass da nicht zu stark mit der Hitze reingehen, also so wird es halt sehr gefühlt wahrscheinlich. Da siehst du es schon, also hier hat es schon karamellisiert. Jetzt nehmen wir ihn weg. Schalten wir ein bisschen runter. Jetzt können wir da noch ein bisschen ein Ding drauf. Genau, magst du noch? Danke. Und jetzt könnte man natürlich dazugeben, Apfelmus, Preißelbeeren, eine Kugel Kaiserschmarrn-Eis, Fanny-Eis, Zwetschgen-Röster, alles was es so gibt. Jetzt probieren wir da mal. Ich habe neulich was sehr Leckeres probiert, Aprikosenröster mit Thymian. Super. Nicht schlecht. Jetzt kriegst du von mir ein Buch, Kräuter und Gewürze. Das ist ja großartig, herzlichen Dank. Gerne. Ah, das ist ja Wahnsinn. Ja. Er schwenkt den Stift wie eine Pfanne, unglaublich. Herzlichen Dank, lieber Alphons, das freut mich sehr. Und da sind dann, da weiß ich auch, was Vanille mit meinem Körper macht. Da sind die ersten 120 Seiten, sind nur über Kräuter und Gewürze geschrieben. Also da Herkunft, Geschichte, Qualität, Verwendung, gesundheitliche Eigenschaften und so. Und mein Tipp, was man damit machen kann. Und dann hat man da natürlich für jedes einzelne Rezept ein Bild. Perfekt. Dann kann man so ein bisschen... Wie viele Mannstunden hast du da investiert? Viele. Wie viele? Schon. 10 Jahre, 20 Jahre. Nein, nein, nein. Das sind schon ein paar Jahre, die man braucht, bis man sich dieses Wissen aneignet. Aber jetzt... Und wir haben hier in 20 Minuten... Also, jetzt bin ich gespannt, großer Meister. Ja, nix, großer Meister, der ist gut. Hm. Als würde Gott, also der österreichische Gott, zu einem sprechen. Hm. Genau richtig. Leicht salzig. Na, also da muss man wirklich ein Kompliment machen. Ja, sehr gut. Herzlichen Dank. Der ist ausgezeichnet. Sehr gut. Jetzt trinken wir eine Tasse Kaffee dazu, gell? Perfekt. Die holländische Variante. Ja. Wie ist die? Genau. Das ist die Dutch-Austrian Fusion. Ich finde es gut. Alfons, ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank, Percy. Danke, dass du gekommen bist. Ich bin sehr, sehr happy. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder in der Küche. Gerne. Ganz gerne. Dann können wir ja in die Verweinerung gehen. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn sie mal wieder reinschalten. War sehr gut. Danke, Percy. Kaiserschmarrn à la Percy. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höfner. Tschüss jetzt, hier rein. Unserem